Sie erleben vor sich den glücklichsten Landesvorsitzenden, den die bayerische SPD je gehabt hat, weil wir haben heute eine historische Chance und einen historischen Tag. Die Zeiten der großen Euphorie mit einem damaligen Spitzenkandidaten namens Christian Ude, sie sind bei der SPD längst vorbei. Eisig kühl sieht die Realität für die Genossen in Bayern derzeit aus, würden aktuell nur noch 14 Prozent der Wähler ihr Kreuz bei den Sozialdemokraten machen. Ich will gar nicht fehlen, dass mich das total nervt. Ich bin echt entsetzt, traurig. Wir alle, mich inbeschlossen, eingeschlossen. Wir arbeiten wahnsinnig viel in der Partei, in der Landtagsfraktion. Also ja, es ist keine gute Zeit gerade für uns. Die Bayern-SPD befände sich voll im Grundklima der gesamtdeutschen SPD und habe keinerlei Rückenwind beziehungsweise keine Möglichkeit, sich abzusetzen, erklärt Politikwissenschaftler Werner Weidenfeld. Das führt dazu, dass die SPD Bayern ein Erscheinungsbild hat, bei dem man sagen muss, naja, wo ist das spezifische Profil? Fragezeichen, Fragezeichen. Also sie könnte durchaus einen eigenen Magnetismus entwickeln mit attraktiven Positionen, aber das ist so nicht sichtbar. Erst der Skandal um den SPD-Landtagsabgeordneten Leines Förster, gegen den wegen schwerem sexuellen Missbrauchs und Besitz von Kinderpornos ermittelt wird. Und dann auch noch die Korruptionsaffäre um den Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wollbergs, der in U-Haft sitzt. Dazu miese Umfragewerte, sodass der Druck auf Landeschef Florian Pronold wächst und wächst. Damit verbunden die Frage, ob und wie lange sich Pronold noch im Amt halten kann. Ganz ehrlich, wenn wir glauben, durch neues Personal, dass wir alle Themen damit aus der Welt geschaffen haben, zu denen gehöre ich nicht. Wir müssen Themen setzen und die Personaldebatte, die führe ich nicht, die finde ich blöd. Ist Florian Pronold noch der Richtige? Er ist bislang der einzige Kandidat im Mai auf dem Landesparteitag, insofern ist er der einzig Richtige, ja. Solange sie nicht ein anderes Personalangebot haben, das das große Staunen der Menschen auslöst, solch ein Nobelpreis-verdächtiges Talent, haben wir noch nie gesehen. Wenn sie nicht in dieser Art spektakuläre Aufmerksamkeit auslösen können, dann hilft dieser Personalwechsel auch nicht. Es scheint mächtig zu brodeln in der Bayern-SPD. Wir hatten für heute den Fraktionschef im Landtag Markus Rindersbach als auch die Generalsekretärin der Bayern-SPD Natascha Kohnen für ein kurzes Interview angefragt. Doch bei beiden hieß es leider keine Zeit, wichtige Termine. Also es gibt offenbar hinter den Kulissen enormen Gesprächsbedarf.